Erfahrungsaustausch Networking Von Praktikern für Praktiker Chancen Lehrlich Inspirierend Professionell Best-Practice-Examples Innovativ Und motivierend Es ist praxisnah, das heißt also ich lerne nicht nur etwas, was theoretisch funktionieren kann, sondern ich habe es mit Praktikern zu tun, die wissen, wovon sie reden und von denen ich direkt auch lernen kann, wie ich die PS auf die Straße bringen kann. E-Management ist vorrangig ein Veränderungsprozess, ein Change-Management-Prozess und eine Kulturentwicklung. Erfahrungsaustausch ist sehr, sehr wichtig, voneinander zu lernen. Man hat seine Perspektive aus seinem spezifischen Umfeld und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich vernetzt und sich inspirieren lässt von anderen Personen, von anderen Unternehmen, von anderen Branchen, von anderen Industrien. Also die Redner haben aktuelle Themen angeschnitten, ich sage jetzt mal, die Vergangenheit und Gegenwart in die Zukunft und es war wirklich sehr unterhaltsam. So für mich, ich denke, die drei Dinge, die großartig waren, sind erstens die Netzwerke und Diskussionen, zweitens die Diversität von Menschen, die von verschiedenen Industrien sind, und zweitens, ich denke, die Leute haben Spaß zu diskutieren, zu diskutieren, zu diskutieren. Das ist eine gute Sache. Vielen Dank.